Hallo Petra! Wo ist Ralf? Er ist oben. Er nimmt ein Bad. Ralf? Ja, Martin ist hier. Ich bin fast fertig. Hallo Martin, nimm eine Zigarette. Ich will nicht. Danke Ralf. Dann schenke ich dir ein Glas Whisky ein. Gut, danke. Ist das Abendessen fertig, Petra? Es ist fast fertig. Wir essen um 7 Uhr zu Abend. Martin und ich gingen heute zum Mittagessen. Wir waren im Restaurant. Was habt ihr gegessen? Wir haben Roast Beef mit Kartoffeln gegessen. Oh je. Was ist los, Petra? Es gibt heute Abend nochmal Roast Beef mit Kartoffeln.